So, hallo, wir machen weiter bei Kirby und das Vergessene Land. Wir sind im Freizeitpark angekommen, haben letztes Mal schon ein bisschen Achterbahn fahren können und jetzt geht's auf die Rennstrecke offenbar. Renn, Pisten, Rasse rein. Ich bin gespannt. Vier Wottel, die sind wieder versteckt. Wir werden sicherlich ein Auto. Also, das ist ja jetzt schon vorprogrammiert. Aber ich bin mal gespannt, wie es aufgebaut ist alles. Ja, da werden wir uns dann schon verwandeln. Und ja, vermutlich verwandeln wir uns doch wohl gleich. Okay, let's go. Schön ohne Benzin fahren. Hurra. Okay, 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 ja. Okay, 25 Sekunden müssen wir schaffen. Ja, let's go. Okay. Aber schwer ohne die Strecke zu kennen, muss ich natürlich dazu sagen. Mal schauen, ob es auf Anhieb hinhaut. Äh, ja. Easy. Yay, okay. Ich denke, das ist normal zum Schaffen. So, aber jetzt gehe ich nochmal zurück und gucke, ob wir verpasst haben könnten. Zum Beispiel die rote Münze da. Und hier hinten in der Ecke, war da noch was? Nein? Okay. Okay. Dann war das Einbildung, dass da noch was sein könnte. Hier kann man dann nochmal starten, aber müssen wir diesmal nicht mal. Sehr schön. Yay. Gerne öfter. Gerne noch öfter, diese Aktion. Ach, komm. Okay, hier noch irgendwas versteckt. Nein? Gut, weiter. Weiter. Okay, hier kann ich mich verwandeln. Dann tun wir das wohl mal. Es stellt sich noch die Frage, für was, aber wir tun es einfach. Yo. Okay, da gibt es eine Kapsel. Oh, ähm, da will ich nicht weiter. Ah. Ah. Ah, okay. Ein versteckter Weg. Prima. Auch wenn der jetzt gut... Nicht so wahnsinnig versteckt war, aber hey. Dann können wir da schon mal rein. Okay. Easy. So. Oh, da geht's noch hoch. Das hab ich doch direkt gesehen. Aha. Hä, wofür? Nehme ich das mit? Ah, das nehm ich mit. Okay. Ja gut, aber ist jetzt auch nicht... So wichtig. Ah, ich hab's immer noch dabei. Okay. Oh, das war ne Mission. Oh, wie gut. Das war ne Mission. Natürlich. Okay. Okay. Icy. Die hat sich so ein bisschen aufgebaut, aber ist okay. Und ich hab... Ich wollte gerade sagen... Oh mein Gott, ist das gut. Ich wollte gerade sagen, wir könnten langsam mal ein Schwert... Blaupause auch vertragen. Wir haben immer noch das Anfangsschwert. Und da haben wir die Blaupause schon. Gerade wollte ich's sagen. Nice. Aha. Ach, komm. Okay. Yay. Nächstes Autorennen. Okay, 50 diesmal ist Gold. Also es wird ne etwas längere Strecke sein. Freut mich. Ja, dann let's go. Dann muss ich aber gleich dann die Strecke zurückfahren, weil ich jetzt eine riesige Abkürzung genommen habe. Und da könnte noch einiges gewesen sein. Nice. Nice. Was? Oh mein Gott! Jene Zeit! Okay, habe ich was auf der Strecke? Das war schon ganz schön lange. Ich fahre jetzt nicht zurück. Ich glaube, die kann ich auch gar nicht zurückfahren. Ich glaube, da war ein Abstand, wo ich runtergesprungen bin. Ich glaube, ich kann das gar nicht alles zurückfahren. Aber yo, diese Zeit! Nein. Nein. Scheiße. Okay, wo haben wir jetzt einen Waddle-Dee verpasst? Kann ich zurück? Ne, das meinte ich nämlich. Ich komme hier nämlich nicht. Ja gut, da müssen wir wohl nochmal durch. Okay, wo haben wir einen Waddle-Dee verpasst? Ich werde jetzt nicht zurückgehen mit dem blauen Stern, weil dann ist auch das Geschaffte weg. Das will ich nicht. Dann gehen wir lieber in Ruhe nochmal durch und suchen den Waddle-Dee. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ich bin gespannt, ob ich den vielleicht hätte sehen können. Der muss ja dann zwischen dem Lolli und dem halt sein. Ja, klar. Oh, und guck mal. Erreiche das Ziel des ersten Rennens innerhalb von 20. Ah, okay. Eigene Mission. Eigene Mission. I see, I see. Nochmal schneller werden. Und stimmt, die andere Mission haben wir ja auch gar nicht. Es gibt ja noch eine versteckte Mission. Invasion im Horror. Oh, das klingt auch sehr geil. Okay. Okay, ich habe langsam die Befürchtung, dass die Achterbahn da drüben kein Level ist, sondern nur Deko. Aber hey. Wir sind ja schon Achterbahn gefahren. Ist ja in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir sind ja schon Achterbahn gefahren. So. Also 20 Sekunden. Wie schnell war ich denn vorhin? Aber hier kann ich nirgends abkürzen, ne? Hier kann ich einfach nur... Ja, so nicht. Kürzt das ab? Also ist das schneller, wenn ich so fahre? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah, doch. Doch, ist schon ein bisschen schneller. Okay. Da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ach so, ja, ich hätte... Jetzt habe ich das Zeug eingesammelt und setze eh alles zurück. Also, ja, wurscht. Hätte ich einfach nicht gedonkt, wäre alles in Ordnung gewesen. So, das muss doch jetzt reichen. Come on! Oh, ist das frech. Schaute. Jetzt bereits ein Problem. So blanchere ich wieder... Ja. Aber das ist immer zeitig. Ein James ist ganz idiotisch. Auch in Ordnung. Ich hab ich noch messer freely. covari linked? Ja. Da ax! Weil ich sage, du bist. Ja, das war wieder der Donk. Das war wieder der Donk. So ein Murz. So ein Murz. Komm, das muss es jetzt. Ich weiß nicht, wie ich es so noch schneller machen soll. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ach so. Kann ich zurückfahren und da neu starten direkt? Nein, ich muss bis ans Ende fahren. Und mich dann wieder nach vorne setzen lassen. Ach so. Okay, ich glaube, diesen Sprung muss ich mitnehmen. Sonst wird es, glaube ich, nichts. Oh, ich weiß nicht. Komm schon. Komm schon, das muss es jetzt sein. Yes. Oh mein Gott, so. Okay, jetzt frage ich mich allerdings, ob das zweite Rennen auch so eine Missionszeit bekommen hat. Uh. Weil das weiß ich natürlich nicht. Aber mal eine ganz blöde Frage, den Schalter, da kann ich doch auch ohne Bombe auslösen. Okay. Das hatte vorhin so den Einschein, als müsste man die Bombe dafür nutzen, aber nö. Wir sind ja Kirby. Ach so, jetzt gucke ich mich erstmal in Ruhe hier um, weil ich natürlich gleich wieder den Lolli mir hole. Aber hier könnte ja schon was Verpasstes gewesen sein. Weil hier bin ich ja mit dem Lolli dann schon ganz schnell durchgegangen. Nicht, dass genau hier ein versteckter Woddle Dee ist. Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ne, okay. Gut, dann holen wir uns nochmal den Lolli. Und achten mal auf dem Weg auf Woddle Dee's. Also hier, wie gesagt, nix. Das hätten wir ja mitbekommen. So, hier kommt jetzt erstmal der Kampf. Da kann ich auch erstmal ganz gechillt rein. Und jetzt muss ich nach Woddle Dee's gucken. Kann ich hier rüber? Nein, das ist schon eine richtige Wand. Okay. Okay, wir gehen erstmal nach da. Ist hier jetzt mal eins nach diesen Löchern begehbar? Nee. Kann ich hier rein? Nein. Nee. Kann ich da oben drauf? Ja. Bringt mir das was? Nein. Okay. Hier außen ist schon mal nichts. Also bis hierhin hätte man keinen Woddle Dee verpassen können. Dann muss ja hier noch was sein. Weil hier kommt ja dann schon die Strecke wieder. Ich meine, da war die Scroll drin. Oder hier nach... Oder hier nach... Oder hier nach außen. Nee, hier kann man auch nicht raus. Okay. Okay. So, hier gibt es das Essen und die Kapsel. Aber von dem Woddle Dee bis hierher auch keine Spur. Kann ich da auf diese Litfaßsäule drauf? Und bringt mir das was? Kann ich vielleicht hier auf die Plane drauf? Und bringt mir das vielleicht was? Ja, aber es bringt mir alles nix. Okay, also ich... Das hat gedauert. Das hat gedauert. So, aber jetzt fehlt noch eine Mission. Das ist schlecht. Weil ich fürchte fast, das ist wieder eine zusätzliche Zeit in dem Rennen hier oder so. Ich weiß es nicht. Was könnte die letzte Mission sein? Weil hier ist nichts mehr. Scheiße. Oh, ich kann das auch ablaufen. LOL, okay. Achso. Wenn ich das ablaufe, geht die Zeit nicht los, ne? Dann kann ich nämlich mal in Ruhe gucken, was hier überall ist. Okay, da wäre nichts gewesen. Oh, ist das hier eine Abkürzung? Eine denkbare? Kann ich da... Weiß ich nicht. Hier ist nochmal ein Auto. Wieso ist hier nochmal ein Auto? Ich meine, jetzt kann ich hier einfach fahren, ohne dass die Zeit läuft und kann trotzdem fahren. was natürlich auch interessant ist. So kann ich mich in Ruhe umgucken. Aber was ist die Mission, die nur noch fehlt? Halt, hier kann ich auch noch. Warte mal. Yo, kann ich? Okay, das muss ich... Das muss ich testen. Das wäre ja eine übelste Abkürzung. Kann ich von hier da rüber? LOL! Okay, das ist sick. Dann ist es hundertprozentig noch eine Zeitmission. Ja. Das geht gar nicht anders. Aber mehr Abkürzung gibt es jetzt nicht mehr, ne? Die kann ich auch nicht runter. Ne, ich glaube, mehr Abkürzung gibt es jetzt nicht mehr. Da kann man die Rakete kaputten. Ist das irgendwie... Ne, mehr Abkürzung gibt es nicht. Okay. Ja, krass! Dann probieren wir es. Ich weiß halt nicht, was die Zielzeit ist. Ich gehe jetzt mal von 45 Sekunden aus. Ich gehe jetzt einfach mal von 45 Sekunden aus. Aber ich weiß es nicht. Aber mit diesem Sprung darunter ist schon böse was möglich. Hier war das jetzt, ne? Ja. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt geht es nur noch geradeaus. Also jetzt kann ich nichts anderes mehr machen als zu fahren. Ohne möglichst irgendwo anzudonken! Scheiße! Also sollte es 45 sein? Bitte ja! Sag mir, dass es 45 ist. Yes! Ach so, presch durch die Abkürzungen. Okay. Gut, die Zeit war egal. Ich musste nur die Abkürzungen finden. Auch schön. Damit verrät das Spiel einem dann sogar, dass es diese Abkürzungen gibt, aber halt erst nachdem man, ja okay, nachdem man durch ist. Okay. Hauptsache, wir haben alles und müssen nicht nochmal durch. Uh! Also die 20 Sekunden bei einem, bei dem ersten Rennen waren schon, äh, knackig. Okay. Auto. Sharpneight. Ja, dann können wir noch eine Straße machen. Ach nee, erst mal das Schwert holen. Erst mal das verbesserte Schwert holen. Ich will wissen, wie das aussieht. Nein, wir machen erst die Straße und holen dann das Schwert. Boomerang, Schatz. Okay, let's go. Aufladen und werfen. Ah, ich verstehe. Okay, das wird cool. Nice. Ja, wir haben, wir haben direkt die Zeit mitgenommen. Wir haben direkt die Zeit mitgenommen. Die ist ja super easy gewesen. Die ist ja super easy gewesen. Was? Seit, was? 15 Sekunden mehr hätte ich noch brauchen dürfen? Seit wann? Sind die so leicht? Entschuldigung. Dann machen wir doch gleich den nächsten, Schatz. Jetzt bin ich im Lauf. Feuerschatz. Auf geht's. Lasst das Band grünen. Na, sag mal. Na, sag mal. Schalter. Alter. Okay, das war aber die Zeit nicht mitgenommen. Wie viel braucht man denn? 10 Sekunden. Okay. 10 Sekunden. Na, schauen wir mal. Was wir daraus noch machen können. 1? 1? 2? 2? 2? 2? 2? 1? Ja, nein! Ich hasse alles. Ah, das war ärgerlich. Aber wir hatten so einen guten Lauf bis hier. Ach, Mann. Wir hatten so einen guten Lauf bis dahin. Let's go! Alter! Jetzt ist gerade viel schlechter als vorhin. Nein, Mann, ich kriege hier zu viel. Ja, jetzt müsste ich durch. Jetzt müsste ich durch. Jetzt müsste ich... An der Stelle müsste ich durch. Ach, du Scheiße. Oje. Es ist so zum Kotz, ich kann das nicht einschätzen. Ob ich diese Plattform treffe oder nicht? Ey, das gibt es doch nicht. Ist mein räumliches Vorstellungsvermögen so schlecht, dass ich das nicht einschätzen kann, ob ich treffe oder nicht? So. Ey, jetzt sind wir Zeit... Nein, ey, mach jetzt keine Scheiße. Wir sind Zeit nicht so gut gerade. Mach keine Scheiße, Junge. Oh mein Gott, das ist knapp. Knapp, aber geschafft. Ei, ei, ei. Ei, ei. So. Prima. Jetzt holen wir uns aber unser Schwert. Jetzt haben wir es uns auch hart verdient. Ja, ich weiß es doch. Deswegen bin ich doch hier. Gib Ruhe. Kuckuck. Kolossales Schwert. Ab dafür. Jawoll. Ja, Wolloh. Das ist wirklich ein kolossales Schwert. Holy moly. Oh, der macht... Okay, der macht keinen Dreher mehr. Interessant. Der macht keinen Dreher mehr. Dafür macht er sowas. Okay. 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 Gut, aber dann schließen wir hier ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt es dann das Geisterhaus. Tschüss. Wir haben alles. Ja. Ich bedanke mich fürolas. Das geht's. Es geht's. Ja. Als wir. ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ja. 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 Vielen Dank.